Ahoi ihr Küstenkinder, willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Es ist wieder soweit, ich habe wieder Zeit gefunden für ein News-Video. Und ich möchte hier einen Vorschlag, einen Namensvorschlag für dieses Video von einem User aufgreifen. Der hat in einem letzten meiner Videos runtergeschrieben, wie wäre es denn mit Steinlights. Und den Namen Steinlights, also abgeleitet von Highlights, finde ich ziemlich cool. Denn ich erzähle euch ja immer hier meine Highlights der letzten Woche, meine News der letzten Woche. Deswegen finde ich Steinlights ist ein cooler Name für dieses Format. Und ja, vielen Dank für die Idee an dem Kommentator unter einem meiner letzten Videos. Und was sind denn nun meine Steinlights der letzten Woche? Nun, endlich ist der Lego Black Friday zu Ende. Das war der lächerlichste und erbärmlichste Black Friday, den Lego in meinen Augen jemals abgefeuert hat. Da wird groß Werbung gemacht im Vorfeld. Black Friday geht los, kommt Leute, auf geht's, kommt her hier. Und dann ist das so eine Aktion, die in meinen Augen völlig daneben ist. Jeweils im Sinne von Black Friday. Ich meine, klar, wir können alle nicht erwarten, dass wir da unbedingt immer etwas günstiger bekommen. Aber der Sinn, der Gedanke des Black Friday war ja immer, Sachen günstiger zu machen, die Weihnachtsgeschäfte zu starten, anzukurbeln und auch mal Highlights günstiger zu verkaufen. Dieses Jahr war es eigentlich überall nur eine Resterampe-Geschichte, wo ein Sets verkauft, die eigentlich gar keiner wollte. Die mussten aus dem Lager, da haben wir uns billig gemacht. Das wird von Jahr zu Jahr immer schlimmer, klar wissen wir alle. Aber Lego hat den Vogel abgeschossen. Die Angebote, die sie hatten, waren zum einen erstmal nicht stark rabattiert und dann auch noch Sonne-Sets, die eigentlich auch niemand haben wollte, die wahrscheinlich auch bei Lego in den Legern liegen und keiner sie kauft. Nun, so ist es wohl. Und der größte Knall ist ja für mich, dass die den UCS 8080 rausgebracht haben für 800 Euro. Black Friday, also andersrum gedacht, gebt noch mehr Geld aus. Ihr könnt richtig viel Geld ausgeben für ein Set, was total überteuert ist. Nur bei uns, nur bei Lego, fand ich wirklich daneben. Und was so richtig daneben in dieser Aktion ist, es gibt ja dieses Lichtschwert von Luke jetzt als Gratis-Beigabe, aber wirklich nur zum 8080, zum 800 Euro 8080. Wollt ihr also dieses Gratisset haben, müsst ihr 800 Euro 8080 kaufen. Oder auf dem Drittmarkt, zum Beispiel Ebay, 150 bis 200 Euro für dieses Lichtschwert hinlegen. Leute, macht sowas nicht. Ich sehe generell den Sinn nicht mehr an diesen Gratis-Beigaben. Es ist nett, wenn man sie mitbekommt, wenn man eh was kauft, aber nur deswegen etwas kaufen, wo Lego, glaube ich, hin möchte, würde ich wirklich nicht mehr tun. Der größte Lacher wäre es ja am Ende des Tages, wenn dieses Set irgendwann nochmal zu was günstiger dazugehen würde oder sogar frei verkäuflich wäre. Es gab es, bei Lego, auch schon alles. Und dann beißen sich alle die in den Hintern, die jetzt 800 Euro davor ausgehen, haben, nur um das Ding zu bekommen. Naja, um sich vielleicht den 8080 ein bisschen gegenzurechnen. Kann ich verstehen, das Ding ist einfach zu teuer. Freue ich mich auch, wenn ich da was verkaufen kann. Aber, naja, die Politik dahinter finde ich ein bisschen seltsam. Außerdem hat Lego selbst die Anleitung vom Lichtschwert jetzt hochgeladen. Ihr könnt euch das Ding also einfach selber nachbauen. Habt dann einfach nicht die Verpackung dazu und auch nicht die bedruckte Fliese, wo draufsteht, dass Luke's Lichtschwert ist. Aber ihr habt es im Prinzip genauso vor euch. Es sind ja am Ende nur Bausteine in der Verpackung. Und nur die Verpackung macht es ja exklusiv. Und irgendwie fehlt mir da die Fantasie, um dafür so viel Geld auszugeben. Aber das muss jeder für sich wissen. Es gibt immer noch eine weitere Chance. Ihr könnt jetzt am Montag, also heute, am Cyber Monday, für nochmal läppische 200 Euro Einkaufswert eine tolle Fließdecke bekommen bei Lego. Ja, wer hat die nicht schon immer haben wollen? Und auch seit Freitag läuft, glaube ich, Freitag war es, für 170 Euro Einkaufswert nur ein Schnapp der Vorgarten des Weihnachtsmanns. Auch das ist ein Set, was ihr euch einfach so nachbauen könntet. Also, wenn ihr eh was kauft, ist es eine nette Geschichte, dass Lego da was beipackt. Müssen sie ja nicht machen. Aber für Gratisbeigaben so viel Geld auszugeben, die dann irgendwie nicht wirklich exklusiv sind, weil man die ja bauen kann aus Baustellen, die es ja überall gibt, finde ich nicht sinnvoll. Außer die Fließdecke. Die ist ein Thema. Aber 200 Euro, weiß ich nicht. Also, verstehe mich nicht falsch. Es ist ja nett, dass es Aktionen gibt, aber ich finde, die Black Friday-Aktionen werden immer lachhafter und einfach nur Geldpressen für die Kunden. Muss ja keiner kaufen, aber sie wollen, dass es gemacht wird und ich finde das nicht so richtig cool. Aber, was Lego richtig cool gemacht hat, die haben auch letzte Woche, ich glaube, es war letzte Woche, bekannt gegeben, ich habe es bei Instagram gelesen, dass die 960.000 Euro Spenden für die Flutopfer in Nordrhein-Westfalen, in Deutschland, richtig cool. Die wollen ja mit 10 Kindergärten wieder aufbauen und ein Familienhilfzeit. Und da ist es wiederum eine richtig geile Aktion von Lego. Und da ist das Geld, was wir für die Sets ausgeben, wenigstens gut angelegt. Also hierfür wirklich beide Daumen hoch. Lego cool gemacht, coole Aktion. Die Spende hier rauszuschütten. Hammerding müsst ihr auch nicht machen. Macht ihr wirklich von eurem Gewinn wahrscheinlich. Kann ich nicht genau sagen, aber finde ich eine ganz tolle Geschichte. Vielen, vielen Dank dafür. Auch wenn die Black Friday-Aktion irgendwie nicht so geil war. Kommen wir jetzt einmal zu Punkt 2, in meiner persönlichen Steinleitz. Bevor ich am Ende euch nochmal eine kleine Überraschung präsentieren möchte. Ich habe für mich eine Entscheidung getroffen. Das ist für mich auch so ein Highlight. Und zwar habe ich in der Vergangenheit ganz oft Sets aus Fernosti vorgestellt, die ich dort bestellt habe, die dann hier über lange Wochen hier angekommen sind. Da habe ich euch aufgebaut gezeigt. Oft habt ihr mir in die Kommentare geschrieben, dass ihr es schade findet, dass ich euch Sets zeige, die ihr hier gar nicht kaufen könntet, wenn ihr dann wolltet. Und ja, das hat mich zum Nachdenken gebracht. Vor allem auch in dem Aspekt, dass ihr, wenn ihr im Fernost kauft, gar nicht mehr so viel spart aktuell. Die Sets sind wirklich sehr teuer geworden. Der Versand ist einfach sehr teuer geworden. Es wird oft die Sets draufgepackt. Oft bieten sie noch kostenlosen Versand an, die einschlägigen Seiten. Aber ich merke schon, dass das Set dann dementsprechend einfach teurer geworden ist. Das bleibt nicht aus. Es ist so. Daher lohnt es sich in dem Fall nicht mehr, wenn dann noch ein für Umsatzsteuer und Zoll oben drauf kommen sollte. Was ja theoretisch jederzeit der Fall sein kann und muss eigentlich auch. Lohnt es sich einfach nicht mehr, so ein Risikoprodukt irgendwo herzubestellen, was dann vielleicht nichts taugt. Ich habe mich deswegen dazu entschieden, euch, ich versuche es auf jeden Fall, euch jetzt Sets in Zukunft zu zeigen, die es auch in Deutschland, in einem deutschen Onlineshop zu kaufen und zu bestellen gibt wenigstens, die ihr dann euch auch wirklich beziehen könnt und nicht darauf angewiesen seid, irgendwo im Fernen Oste zu kaufen und hoffen, dass die heile auch ankommen. Und generell möchte ich mich so ein bisschen aus den Grauzonen rausbewegen und hier wirklich Produkte reviewen und zeigen, die sauber sind, die safe sind. Ich möchte einfach nicht mehr in so Fettnäpfchen treten, wie ich es in der Vergangenheit leider auch oft bin. Ein Set wird jetzt hier noch kommen, das habe ich hier schon irgendwie rumzulegen gehabt, ist auch so ein Fettnäpfchen, zeige ich euch aber noch, weil es hier einfach lag, mir jetzt auch schade ist zu entsorgen oder so, ist ja Blödsinn, ist ja Rohstoff, der irgendwo mal produziert wurde, das zeige ich euch jetzt noch, werden wir wahrscheinlich erstmal so nichts Neues von dort mehr organisieren. Aber ihr könnt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht, ob ihr das schade findet, ob ihr das gut findet oder welche Ideen ihr dazu hättet, welche Vorschläge, vielleicht kann ich die Variation ja nochmal ein bisschen anpassen. Auf jeden Fall wollte ich euch diese Entscheidung einmal hier heute in diesem Rahmen gerne mitteilen. Achso, natürlich darf auch ein bisschen fiese Werbung nicht fehlen. Ich bin in letzter Zeit verstärkt auf Instagram hier aktiv und ja, schaut da gerne einfach mal vorbei, wenn ihr möchtet. Ich werde dort öfter mal so ein paar Storys hochladen, ein paar Reels hochladen, ein paar Beiträge hochladen zu kleineren Sets vor allem. Jetzt vor kurzem erst was zu Megakonstructs, das lohnt sich einfach nicht, darüber ein Video zu machen. Da schreibe ich kurz was bei Instagram dazu und wird dazu was sagen. Also, wer auch sowas sehen möchte, kleine Sets, mal kleine kurze Geschichten von mir, da versuche ich mich gerade so ein bisschen auszuprobieren, da könnte in nächster Zeit was Spannendes kommen. Also, wenn ihr mögt, schaut gerne vorbei, der Link ist hier unten drunter. So, jetzt am Ende, kleine Überraschung, natürlich gibt es das gleich wieder in den Kommentar der Woche, den habe ich das letzte Mal ausgelassen und jetzt gibt es den wieder oder der letzten Woche hin, weil ich ja was ausgelassen habe, aber zunächst noch mal eine kleine Ankündigung. Ich habe mir mal wieder was von Sing Bao bestellt. Ja, dieses coole, das war die Rückseite, dieses coole Lebkuchenhaus hier, oder ja genau, Gingerbread House ist es. In erster Linie deswegen, weil ich mal sehen möchte, ob sich Sing Bao in der letzten Zeit verbessert hat, ob die Steinequalität anders geworden ist und wie sie es einfach entwickelt hat, wenn ihr nicht Sing Bao vor Blue Bricks irgendwie draufsteht, sondern wirklich nur Sing Bao. Das gucken wir uns gemeinsam an und da jetzt die Weihnachtszeit ist, dachte ich mir, da passt ein Lebkuchenhaus wunderbar, um es einmal auszuprobieren. Kommt diese oder nächste Woche in einem Video. Ich bin sehr gespannt. Die beiden Figuren gucken auf jeden Fall traurig und nicht weihnachtlich fröhlich. Und jetzt zum Schluss einmal der Kommentar der Woche. Das war wieder so ein Highlight. Ist jetzt schon zwei Wochen her, seht es mir nach, aber ist einfach zu gut, um euch das hier vorzuenthalten. Aufgrund von Hinweisen und Wünschen beim letzten, beim ersten Mal werde ich den Namen jetzt hier unkenntlich machen. Auf jeden Fall hat hier ein User bei mir unten drunter geschrieben zu einem Video. Ich zitiere, wie gesagt. Scheißkanal. Zu viel Helden verstrahlt die Idioten hier und es wird zu viel billiger Chinaschrott gezeigt, welches aus einem Land kommt, wo Menschenrechte mit Füßen getreten werden. Aber wen stört Menschenrechte, wenn die Kohle von YouTube stimmt? Gut. Werde ich mal wertfrei einfach so hinstellen. Wobei, einen Punkt möchte ich vielleicht sagen, ich würde mich sehr freuen, wenn die YouTube-Kohle stimmen würde, aber die finanziert eigentlich nicht mal das, was ich hier alles kaufe, um euch die Videos zu präsentieren. Aber mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Jetzt wünsche ich euch eine schöne Woche. Habt eine schöne Adventszeit. Wenn ihr das denn mögt und wenn ihr das nicht mögt, baut einfach viele Baustellen und versteckt euch drin, dass ihr den ganzen Quag nicht miterleben müsst da draußen. Und wir sehen uns bestimmt ganz bald im nächsten Video wieder. Und bis dahin sage ich wie immer alles Gute und Tschüss hier von eurer Steinküste.